Ist offen. Oh. Hey. Steht das Angebot für die Pizza noch? Ja, klar. Komm rein. Also, ich wollte ... Es tut mir echt leid, wenn ich dich verletzt habe. Naja, traut sich ja auch nicht jeder, so ehrlich zu sein. Damit habe ich jetzt gar nicht mehr gerechnet. Ich hoffe, wir finden noch was zum Belegen. Hier. Da könnte ich mich reinlegen. Oh. Okay, dann lass uns anfangen. Okay. Oh, shit. Here you go. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, my God. Oh, yeah. Oh. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, okay, 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 okay. Ichания, auf Christian immer wieder.